Hallo! Servus! Guten Morgen! Wir sind's! Wir sind's! Wir sind's! Wir sind's! Wir sind's! Darum sammeln wir den gleich bei der Bavaria ein. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Auf Jungs! Ja, es ist noch früh. 9.50 Uhr. Anstieg ist wann? 12.00 Uhr. Langsam füllt sie auch die Liesen. Pass auf, was ist das Jungs? Ja. Und wo wollen wir davor noch hin? Viertel vor elf ist der einzige Wert hier. Das wollen wir uns natürlich anschauen. Geil! Riesenumzug mit großen Karren, Pferden. Schönen und weniger schönen Menschen, aber bald für den Menschen. Da, schaut's an! Da ist der offizielle Anstieg vom OB, dem Oberbürgermeister Münchens. Und dann Horst es wieder! What's of this! Und jedes Jahr ist die spannende Frage natürlich mit wieviel Stichen schafft das? Stichen. Mit wieviel Schlägen? Was ist da dein Rekord? Was ist das? Wenn du gut bist, schaffst du das. Aber einer hat irgendwann 12, 13 gebraucht. Das war peinlich. Das war das mitunter unser Weg. Das war glaube ich unser Weg. Dini! 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 Guten Morgen! Servus! Der Mann muss jetzt ein Foto machen. Machst du ein Foto? Der Mann muss ein Foto machen. Jetzt lassen wir ihn mal allein weg seiner Zettel. Es ist immer schön, wenn die Leute uns kennen. Es ist toll. Wir machen auch gerne Foto natürlich. Und wenn du dabei bist, machen wir auch gerne Foto. Sprich uns einfach an. Andere trinken am Morgen frisch ein Bier. Wir essen gebrannt im Anion. Jungs! Hey! Da vorne ist der Vogelpfeifer. Zu dem gehen wir hin. Wir sind noch letztes Jahr. Sind wir zu dem hingegangen. Und er hat unbedingt ein Foto mit uns machen wollen. Und hat uns tatsächlich... Der hat ein Buch rausgebracht. Ich glaube auf Seite 76 oder sowas sind wir verewigt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, das Buch. Und jetzt schauen wir mal. Wer hat das ja dabei? Ich möchte mal kurz sehen, was du dazu geschrieben hast. 5 Fidele-Burschen, eine Band der neuen Volksmusik. Sehr gut! Hey! 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 We geh�'n in Amerikan, Australien. Warne nicht so fast nach Russland. Hoffentlich kommen sie wieder hoch. Haha! Wir warten jetzt noch auf dem Umzug, aber das ist der Umzug gleich los. Wow! Ein Wagen mit 6 PS, Wahnsinn! Jetzt gibt es gleich 4 Jungs! Das, 4! Servus, Roberto! Roberto, Roberto! Hat uns gewonnen? Ja, der Langfahrt hat uns gewonnen! Ist ja gut, ist ja gut! Der Counter läuft! Schaut so! Der Counter läuft! Der Counter läuft! Der Counter läuft! Und es geht's! Und er schießt! Und es ist ein großer Platz! So, aber wir haben das Wetter gehalten, bis eben, jetzt fängt fast die Regen. Aber ich wollte euch mal jetzt anziehen. Wir gehen jetzt in ein Zelt. Ich drücke euch zwei. Was? Was? Ja, und heute ist das, was ich jetzt verbracht habe. Ich hoffe, da habe ich nicht viel Spaß gemacht. Wir tanzen mega geil. Und ich sage Tschüss! Ciao! Servus! Für euch Servus! Und dann bis! Fahen wir mal ein paar Minuten. Yuhuuu! Yuhuuu! RUIZ! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR